Ich bin allein. Das ist jetzt Schluss gemacht am Telefon. Bis es mir schlecht geht und sie meint, ich soll mich ins Knie ficken oder so, er hat sie mir nämlich was gemacht. Du hast echt einen Schaden. Was machst du hier eigentlich? Bist du dick am Wichselnäher und ich nebenan... Was ist das denn? Ich hole dich auf meinen geilen Zwang an. Du bist sowieso unerfreundlich. Sag mal, wie siehst du dich eigentlich? Nein, nicht nötig. Nicht mal in einem Sack. Du? Ja. Da hast du dich auch schon mit deiner Mutter. Was soll ich auf so ne Naht umsacken? Was? Nee. Das ist doch unser Coupé. Die haben deine Eier, oder? Nein, da hast du ne Naht zwischen den Eiern. Sag mal. Ja. Komm, sag mal. Ja. Ich komm, lass mir mal deinen Sack sehen, Alter. Ich hab auch Sack. Ich hab auch Sack. Ich hab auch Sack. Ich hab auch Sack. Dann sag es nochmal. Mann. Ja, dann bin ich umruhigt. Ja, jetzt du. Mich hier reinkwaschen und dann selber kneifen, oder wie? Was ist damit überhaupt? Komm, lass mal, Mann. Der wird doch noch größer, oder? Ja, jetzt. Ja, jetzt. Wenn du wirst, du da. Ich sink. Bei mir, halt zu. Ich fange. Ich fange. Ich fange zu. Ich fange. Ich fange. Ich fange an. Ich fange an. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Ich dachte, ich habe ein bisschen Spaß gemacht, aber ich weiß nicht, dass ich alles nicht einfach muss. Ich habe einen Haufen. Ich habe einen Sassel. Ich habe dich auch gerade nicht mehr gesehen. Ich habe dich auch gerade nicht mehr gesehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020